Was sehr deutlich zutage kam, war im Grund die Banalität der Gleichgültigkeit. Es hat Mollert immer wieder angeboten, er hat noch Material für Steuerstrafverfahren und er hat im Grunde darum gebettelt, dass mal jemand mit ihm redet und keiner hat mit ihm geredet. Also weder die Staatsanwaltschaft, noch die Steuerfahndung, noch eigentlich das Gericht auch in dem Sinn. Und das ist eigentlich der Skandal in dem Ganzen, dass hier ein Bürger ist, der vor Gericht steht und keiner interessiert sich für seine Geschichte. Selbst seine Schriftsätze, die er bei Gericht abgegeben hat, wurden vom vorsitzenden Richter dieser Kammer nicht zur Kenntnis gekommen, nicht gelesen. Erst Jahre später ist ihm aufgefallen, dass es diese Schriftsätze überhaupt gibt.